60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit... Riki von Edelworte. Was machst du mit Edelworte? Ich bin Sängerin und inzwischen auch freie Traurednerin. Ich komme so ganz klassisch von der Musik, habe ursprünglich mal Musik studiert, mich dann selbstständig gemacht, irgendwann immer mehr auf Hochzeiten konzentriert und jetzt seit einigen Jahren bin ich auch als freie Rednerin unterwegs. Das heißt, ich richte die komplette freie Trauzeremonie mit Rede und Musik für Brautpaare in Hamburg und Umgebung aus. Megacool. Aber fangen wir mal vorne an. Also du hast Musik studiert und dann hast du dich gleich danach damit selbstständig gemacht? Ja, tatsächlich schon. Ich habe tatsächlich nach dem Abi direkt in Osnabrück Musik studiert. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, dann fand ich das aber mit 21 wahnsinnig beängstigend und habe dann erst mal noch mal was Vernünftiges gelernt und eine ganze Zeit lang dann im kaufmännischen Bereich gearbeitet und halt so am Wochenende nebenbei meine Selbstständigkeit weitergeführt und vor sechs Jahren habe ich dann noch mal den kompletten Absprung geschafft und habe dann den Dayjob aufgegeben und seitdem bin ich nur noch als Freelancerin unterwegs. Gab es da einen konkreten Anlass dazu, dass du dich dann noch mal wirklich 100% selbstständig gemacht hast oder wie ist es dazu gekommen? Ja, tatsächlich schon. Das hört sich, wenn ich das so erzähle, an immer so ein bisschen nach so diesem klassischen Deutschland sucht den Superstar Erklärclip an. Ich hatte das halt immer im Kopf und glaube auch, es wäre immer dazu gekommen und letztlich war es bei mir aber dann so ein klassischer Schicksalsschlag. Ich habe ganz plötzlich meinen Vater verloren und das hat mich total wachgerüttelt. Also da habe ich gemerkt, welche Dinge ich nicht im Griff habe und bei denen ich mir vielleicht auch durch diese vermeintliche Sicherheit eines festen Jobs vorgemacht habe, viel im Griff zu haben. Und in der Erkenntnis habe ich dann irgendwie ganz viele Sprünge in meinem Leben gewagt und unter anderem aus dem Job raus und in ein deutlich glücklicheres, sehr freies Leben. Sehr, also es tut mir sehr leid, das zu hören, aber sehr krass, wie reflektiert du dann da rangegangen bist, um dann deine Schlüsse daraus zu ziehen. Und der Schritt in die Selbstständigkeit war dann wirklich getrieben durch den Wunsch der Freiheit und Selbstverwirklichung? Ja, genau. Ich hatte da tatsächlich gerade dann auch einen neuen Job angenommen und habe dann in der Probezeit wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich damit nur weiter verrannt habe. Also, dass ich irgendwie nach einer neuen Inspiration innerhalb dieses beruflichen Korsetts gesucht habe, die eigentlich woanders zu finden war. Und dann war es am Ende eine ziemliche Kurzschlussreaktion, über die ich aber sehr dankbar bin. Dann hast du quasi in einer Probezeit gekündigt und du hattest ja dann schon weiterhin nebenbei Aufträge. Ja. Und wie hast du den Sprung dann zu 100 Prozent gemacht? Hast du dann irgendwas anders gemacht? Ja, ich bin so ein bisschen den Schritt gegangen über Instrumentalunterricht. Das war was, wo ich mich jetzt langfristig nicht gesehen habe, aber immer viel aus dem Bekanntenkreis so Anfragen kamen und habe mich dann damit sozusagen erst mal innerhalb der Selbstständigkeit ein bisschen stabilisiert. Und dann habe ich halt angefangen, auch wirklich proaktiv nach Gelegenheiten zu suchen, bei denen ich Livemusik machen konnte. Vorher war das halt so, da habe ich das genommen, was kam und was mir auch gefallen hat. Ich musste auch überhaupt nicht darauf achten, was sind das für Gagen, sondern konnte wirklich total danach gehen, was mich jetzt kreativ reizt. Und da habe ich dann erst mal relativ inflationär angefangen, möglichst viel auf die Bühne zu bringen, um dann irgendwann wieder so ein bisschen auszusortieren. Aber erst mal bin ich auf Masse gegangen und habe versucht, meinen Terminkalender zu füllen. Okay. Und wie hast du dann von da aus dann weitergemacht? Du meinst ganz konkret, wie ich so Kunden gefunden habe? Ja, oder auch dann dein Business weiterentwickelt hast? Ach so, dann habe ich tatsächlich auch nochmal ein kleines Musikstudium oder sagen wir eine kleine musikalische Ausbildung gemacht hier an der Hamburg School of Music. Da habe ich dann gewechselt. Ich habe am Anfang war immer Klavier mein Hauptfach und Gesang das Nebenfach. Und dann habe ich nochmal eine zweijährige Ausbildung als Sängerin gemacht. Und die auch bewusst so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich wusste, dass das so ein Kontaktstudiengang hier in Hamburg ist. Also da habe ich zwar auch viel Input bekommen, aber vor allem ganz viel genetzwerkt, ganz viele Leute kennengelernt, die mir da auch schon Jobs verschafft haben und Kontakte knüpfen können. Dann auch teilweise in die Theaterszene, um da dann so ein bisschen Fuß zu fassen und dann einfach versucht, immer weiter darauf aufzubauen. Okay. Und das heißt, du hast dieses Studium eigentlich gemacht, um Netzwerk aufzubauen für Kunden und einfach noch andere Musikerinnen und Musikern. Super interessant, habe ich noch nie gehört. Das macht super viel Sinn. Und dann kam irgendwann die Trauung dazu? Genau. Also eigentlich waren Hochzeiten auch davor immer schon so ein Teil meines Lebens. Ich habe tatsächlich auf meiner ersten Hochzeit, glaube ich, mit 13, 14 Orgel gespielt, so in dem ostfriesischen Dorf, mit dem ich aufgewachsen bin. Habe auch immer mal wieder auf Hochzeiten gesungen. Aber damals war das halt so ein Puzzleteil von sehr vielen. Da habe ich mindestens genauso viel in Hotelbars oder auf Schützenfesten gesungen, wie halt auf Hochzeiten. Und irgendwann hat sich das immer weiter verlagert. Und dann war es auch so, dass ich gerade im Studium gemerkt habe, gerade in so Konzertsituationen, dass ich auch echt gerne spreche und dass ich auch gerade bei Konzerten eigentlich die Situation, wenn ich so über meine Songs rede und erzähle, warum ich die geschrieben habe, mindestens genauso glücklich und inspiriert bin, wie wenn ich den Song am Ende performe. Dann kamen so die ersten Moderationsjobs. Dann kamen die ersten freien Trauungen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich da als Hochzeitssängerin hinterm Klavier saß und gedacht habe, das will ich auch, vielleicht kann ich das sogar besser, das würde ich anders machen. Und irgendwann nicht mehr am Hinkam zu sagen, okay, ich will jetzt auch meine Reden schreiben und traue mir das zu und starte jetzt mit dem Komplettpaket. Okay, und ist das was, was du jetzt auch vermehrt gerne weitermachen möchtest? Oder wie sieht es im Moment aus? Ja, total. Also gerade so die letzten Jahre hat sich das schon herauskristallisiert. Es gab jetzt immer noch so eine Balance zwischen dem Sommer, in dem ich dann als Hochzeitsrednerin und Sängerin zu nahezu 95 Prozent gearbeitet habe. Und im Winter war ich jetzt in den letzten Jahren, gerade auch in der Corona-Zeit, auf Kreuzfahrtschiffen nur als Musikerin. Aber das habe ich jetzt langsam, glaube ich, auch schon so ein bisschen durchgespielt. Und jetzt inzwischen bin ich auch im siebten Monat schwanger. Und das heißt, deswegen kehre ich auch so diesen Teil mit den vielen Reisen den Rücken zu und werde, glaube ich, die nächsten Jahre den Fokus sehr stark auf die Hochzeiten legen. Okay, wenn du so sprichst, hört es sich sehr, sehr stark danach an, dass du dir immer auf eine Art und Weise treu bleibst, aber auch immer einen konkreten Weg irgendwie weitergehst. Kannst du mal beschreiben, was so der Innere, also wie du den Weg ganz konkret gegangen bist? Also wie bist du von dem einen zum anderen gekommen? Wann hast du entschieden, ich möchte eigentlich das mehr machen als das andere? Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass da gar nicht so viel Strategie dahinter ist und dass das etwas ist, was ich an dieser freiberuflichen Selbstständigkeit auch so liebe. Also da habe ich so ein bisschen diesen Pipi-Langstrumpf-Gedanken, dass ich die Welt für mich so mache, wie sie mir gefällt, weil ich das als total inspirierend empfinde, wenn ich selber in einem Prozess merke, dass es einen Fokus gibt, der mir in dem Moment mehr Spaß macht, mir dann auch die Freiheit zu gönnen und zu sagen, hey, ich bin Künstlerin, vielleicht spreche ich im Moment mehr, vielleicht schreibe ich gerade mehr, vielleicht rückt jetzt mein Jazz-Klavierspiel wieder mehr in den Vordergrund. Da werden jetzt einige lachen, wenn sie das Video sehen, denn das ist noch nicht passiert. Und ich versuche mir bewusst diesen Luxus zu gönnen, genau diese Leichtigkeit zu behalten. Und das wiederum würde ich tatsächlich auch wieder, um den Kreis zu schließen, mit diesem Schicksalsschlag in Verbindung bringen, weil für mich wirklich im Vordergrund steht, einfach so ein möglichst inspirierendes, farbenfrohes Leben zu haben und immer wieder neu zu justieren und zu unterfragen, macht mir das immer noch Spaß, genauso wie ich das mache? Oder ist es mal wieder Zeit für so einen kleinen Richtungswechsel? Und hast du dabei manchmal Angst, dass du was aufgibst und es dann verlierst? Weil ich kenne das ganz viel, wenn ich mit anderen spreche, so wenn ich das jetzt mache, vielleicht verliere ich da dann den Anschluss und verzettele mich oder komme da dann nicht mehr so richtig zurecht. Oder habe auch das Netzwerk, das neue Netzwerk entsprechen noch nicht. Ich bleibe dem treu, was ich bisher gemacht habe. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich würde auch sagen, dass das etwas ist, was mich charakterlich sehr ausmacht, dass ich wirklich ein unfassbar intrinsisches Bedürfnis daran habe, mich ganz regelmäßig zu verändern und immer wieder Neues zu erfahren. Und die Gefahr für mich ist, glaube ich, viel eher, mich schnell zu langweilen, als Angst zu haben, ich lasse jetzt irgendwas zurück. Ich glaube, zurücklassen ist für mich total gesund. Und gerade loslassen ist eines der Dinge, das ich gelernt habe und das mich total frei macht. Okay, super cool. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar als Künstlerin oder Künstler ist es ja irgendwie schwer, die Preise zu setzen. Wie machst du das? Das hat eine Weile gedauert. Und es ging mir so, wie, glaube ich, den meisten Leuten, wenn sie etwas machen, das sie wahnsinnig gerne mögen, dass ich am Anfang tendenziell nicht genug Geld für das verlangt habe, was es eigentlich wert wäre. Und mir ist dann tatsächlich so dieser kaufmännische Background total zugute gekommen, indem ich angefangen habe, irgendwann ganz strategisch zu überlegen, was muss ich eigentlich wirklich bezahlen? Und das klingt total banal. Und wenn ich mir hier euer Office angucke, dann ist das zum Beispiel auf der gedanklichen Ebene, wo ihr seid, viel, viel komplexer. Aber selbst bei mir ist es halt so, dass ich aus einer Beamten- und Ärztefamilie komme, wo alle denken, wenn man einen Preis hat, dann ist das das, was ich da rausbekomme. Und ich selber erst mal lernen musste, welche Kosten dahinter stehen, dass ich Umsatzsteuer abführen muss, dass ich selber Sozialversicherungen zahle, dass dann noch die Einkommenssteuer kommt, dass ich meine ganzen Betriebsausgaben habe. Dass man, wenn man frei, beruflich und selbstständig ist und keinerlei passives Einkommen hat, tatsächlich in jede Arbeitsstunde einkalkulieren muss, jeder Mensch ist ein, zwei Wochen im Jahr krank, jeder Mensch möchte vielleicht sechs Wochen im Jahr Urlaub machen. Ich muss mich selber um meine Rentenversicherung kümmern. Es bringt mir nichts, auf große Trinkgelder zu spekulieren, wenn ich dann eines Tages so eine Murmel mit mir rumschleppe und dann aber dieses Geld auf dem Papier brauche und gerne Mutterschutz und Elterngeld bekommen möchte. Und deswegen habe ich da tatsächlich eine ganz strategische Herangehensweise, dass ich das irgendwann mir alles dokumentiert hochgerechnet habe und inzwischen auch mit einer ganz großen Leidenschaft versuche, wenn ich mal Workshops gebe, das auch echt schon so 22-Ring-Musikschulabsolventen beizubringen, dass halt eine Hochzeit am Samstag für 200 Euro Bar auf die Hand kein nachhaltiges Business ist, sondern man sich damit langfristig selber aus dem Markt heraus katapultiert und eigentlich nichts erreicht, außer dass die Kollegen, die das schon durchschaut haben, einen total hassen dafür, dass man für solche Dumping-Gagen spielt. Okay, das heißt also, du bist ganz konkret rangegangen und hast einfach deine Kosten aufgeschrieben und hast daraus dann gesagt, das ist eigentlich das, was ich verdienen muss? Ja, genau. Und dann rückwärts gerechnet und mir bewusst gemacht, wie bitter das dann eigentlich aussieht. Ja. Und hast du auch schon mal versucht, nochmal die Preise anzuheben? Immer wieder, ja. Und das tut mir auch so ein bisschen leid, nach draußen sagen zu müssen, das mache ich auch tatsächlich jedes Jahr. Aber es macht ja auch Sinn mit der Inflation. und glaube ich, es ist einfach nur ein gesundes Unternehmertum. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und was mich noch interessieren würde, du wirst jetzt Mutter. Was macht denn das mit dir auch im Hinblick auf die Selbstständigkeit? Es bestärkt mich total in dieser langweilig-deutsch-bürokratischen Denkweise, die ich von Anfang an an den Tag gelegt habe, in dieser Sicherheitsdenke und macht mich auch tatsächlich so ein bisschen dankbar dafür, in welchem Land ich lebe. Also klar gibt es immer noch bürokratische Hürden, aber ich habe dann zum Beispiel meine Mutter am Ohr, die verbeamtete Lehrerin ist und 1988, glaube ich, für sechs Monate irgendwie 540 Mark oder so für mich bekommen hat. Und ich bin selbstständige Künstlerin, lebe davon, dass ich mache, was mir Spaß macht und bekomme halt Elterngeld, was ich total geil finde. Ich stelle mir aber auch zum ersten Mal solche Fragen und das ist das einzige Puzzlestück, das ich jetzt noch nicht gelöst habe, was ich mache, wenn ich mal langfristig krank werden sollte. Weil da habe ich im Moment noch kein richtiges Netz. Ich verdiene nur das Geld, was ich verdiene, bin völlig auf mich alleine gestellt. Ja, und da sehe ich als Perspektive, dass ich eigentlich langfristig einen Wohlstand erreichen muss, um Dinge abfangen zu können, mit denen ich nicht rechnen kann. Und jetzt bin ich sehr motiviert, das hinzukriegen. Mal gucken. Kannst du mir vorstellen, nochmal angestellt zu sein? Auf keinen Fall. Nein, nein, gar nicht. Ich habe das in der Corona-Zeit ganz kurz gemacht und das war sehr nett, so ein kleiner im Office-Büro-Job, aber ich habe auch sofort gemerkt, dass ich inzwischen, was meine eigene Organisation angeht, mich überhaupt nicht mehr unterordnen kann und aber auch nicht mehr möchte. Und dass ich auch heutzutage, ich würde sagen, in einer Stunde, in der ich arbeite, zehnmal mehr schaffe als in einer Arbeitsstunde, die ich damals in meinem ursprünglich gelernten Beruf geschafft habe. und da möchte ich mich nicht wieder drosseln. Ich möchte wieder für Ergebnisse arbeiten, um dann meine Freizeit zu genießen. Sehr cool. Und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Eine Sache, die man, glaube ich, ganz oft hört, aber auch nicht oft genug hören kann, warte nicht, bis alles perfekt ist, bis du anfängst. Gerade bei Frauen ist das ja so ein Thema, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen einfach ein noch höheres Level erreichen, bis wir soweit sind. Auch ich habe das ja ein bisschen neben dem Job gemacht und das ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Und dann würde ich sagen, das Zweite ist, dass man keine absoluten Höhenflüge erwarten muss und dass man sich darauf einstellen kann, dass es ein Marathon ist. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied, ob das am Ende funktioniert, ist Durchhaltevermögen. Und ich habe jetzt noch so Situationen, dass ich manchmal E-Mails bekomme von Leuten, die mir schreiben, dass sie mich vor zehn Jahren auf irgendeinem Schützenfest singen hören haben, seitdem bei Instagram dabei sind oder Facebook damals noch und jetzt heiraten und halt wollen, dass ich ihre Traurrede halte. Und wenn ich dann daran denke, wie ich auf diesem Schützenfest gesungen habe, dann frage ich mich echt, was bei denen kaputt ist. Aber es war halt gut, dass ich da schon angefangen habe. Eindruck hinterlassen. Ja, genau. Wie auch immer. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und deswegen dranbleiben und vertrauen, dass alles, was man irgendwann mal sieht, dann auch irgendwann geerntet werden kann. Cool. Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.